Wir beginnen mit der Kopfnummer 113, ein Hengstfohlen von For Pleasure, aus einer Kasal-Chin-Chin-Heraldic-Landgraf-Mutter, Züchter und Besitzer hier der Hausherr, die Zuchtgemeinschaft Familie Olaf Röhrden wird zum Aufeur. Stammnummer ist 104a und geboren ist dieses Fohlen am 1. Mai. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Peitschenführer werden hier noch vermisst, weiter einmal zwei Peitschenführer in die Bahn. Moin, hallo, ich hab mich angerufen, weil ich euch nicht gefunden habe, aber es wurde mir schon gesagt, dass ihr auf dem Land sind. Vielen Dank, das Fohlen kann zum Brennen. Ja, ja, klar. Wenn du was trinkst, willst du was auch machen? Nee, ähm, weil als Gegenteil... Ach ja, super. Danke, danke. Danke. Galen. Danke. Danke. Vielen Dank.